Hi, hier ist Emma. Schoko-Fans kommen heute so richtig auf ihre Kosten, denn wir pimpen diesen Hot Chocolate Brownie einfach mit ein paar frischen Beeren. Das geht super schnell und schmeckt auch richtig lecker. Übrigens, den Hot Chocolate Brownie könnt ihr auch einfach warm aus der Mikrowelle servieren. Das war mal so richtig einfach, oder? Viel Spaß beim Ausprobieren!